Die Jahreslosung kommt aus Johannes 6, 37 und im Ganzen lautet der Vers so, alles was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der diese Worte gesprochen hat. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und alle, die uns im weiten Rund des Landes und darüber hinaus heute begleiten, Sie kennen bestimmt dieses kleine Schild, das den Besucher bei einigen Geschäften empfängt. Darauf sieht man ein oder mehrere kleine Hunde und darunter die drei Wörter, wir bleiben draußen. In letzter Zeit findet man daneben oft noch ein weiteres Schild ganz ähnlichen Inhalts. Sie wissen schon, also Einlass nur mit 2G oder so, also geimpft oder genesen, genauso gut könnte man darunter schreiben, wir Ungeimpften bleiben draußen. Und so gibt es heute viele Möglichkeiten, abgewiesen oder zurückgewiesen zu werden. Wenn Sie Einlass in Restaurants oder Hotels begehren und dann nicht das passende Zertifikat dabei haben oder gar noch Ihren Ausweis vergessen haben, sorry, Sie müssen leider draußen bleiben. Das gab es ja schon immer. Es gab immer viele Möglichkeiten, abgewiesen oder zurückgewiesen zu werden. Bei der Bewerbung um einen Job etwa oder noch persönlicher, beim Werben um die Hand einer Frau. Da nennt man das dann einen Korb bekommen, abgewiesen zu werden. Und gegen all diese Abweisungen, Zurückweisungen, Ausweisungen setzt die neue Jahreslosung nun einen kräftigen Kontrapunkt. Unser Herr Jesus hat es gesagt, Johannes hat es überliefert in seinem Evangelium, Kapitel 6, Vers 37. Und die Jahreslosung selbst ist der zweite Teil dieses Wortes. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist so die offizielle Version, den werde ich nicht abweisen. Man kann auch übersetzen, den werde ich nicht hinausstoßen. Sie werden das in den nächsten Monaten auf vielen Grußkarten und Postern finden. Und schon so was die ersten Reaktionen zeigen in Gesprächen. Diesmal scheint diese Jahreslosung eine besonders heftige Resonanz zu finden. Das ist erfreulich. Man fragt sich, wer sucht sowas eigentlich aus? Ja, es ist ja nur wenig bekannt, was für eine spannende Entstehungsgeschichte diese Jahreslosung hinter sich haben. Inzwischen werden sie ja von der sogenannten ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen ausgesucht. Und zwar drei Jahre vorher. Also es ist vor drei Jahren ausgesucht worden, dieser Vers. Aber die Spurensuche ihrer Entstehung führt uns in eine dramatische Epoche unserer deutschen Geschichte. Nämlich in das Jahr 1930. Als sich die Vorboten einer totalitären Gesellschaft schon deutlich am Horizont abzeichneten. Goebbels war beispielsweise schon 1926 Gauleiter von Berlin-Brandenburg geworden. Die Ideologie der Nazis wurde in dieser Zeit immer deutlicher zur Zivilreligion. Das heißt, zu einer Weltanschauung, der alle Menschen in diesem Land unterworfen werden sollten. Alle sollen in dieselbe Richtung denken und marschieren. Politische Positionen und Meinungen werden aufgeladen zu Glaubenssätzen. Und wer diesen Glaubenssätzen nicht folgt, wird verworfen von der öffentlichen Meinung. Der öffentliche Meinungsstreit wird erstickt. Presse und Rundfunk werden weitgehend kontrolliert und zensiert. Nur gute Meinungen haben noch eine Chance. Und was gut ist und was staatstragend ist, das bestimmen damals die Nazis. Und auch die offiziellen Kirchen sollen bei der Verkündigung der Zivilreligion kräftig mitwirken. Es wimmelt nur so von Parolen, die um die Herzen der Menschen kämpfen. Und dagegen stemmte sich damals die Bewegung der sogenannten Bekennenden Kirche. In der Männer wie Dietrich Bonhoeffer und Wilhelm Busch oder Walter Künnet sich mutig für die Wahrheit des Evangeliums einsetzen. Und viele andere. Bereits 1930, wie gesagt, war diese Idee der Jahreslosung entstanden. Ein Wort ewiger Wahrheit gegen die Tagesparolen der Meinungspolizisten. Ein 40-jähriger Pfarrer hatte damals die richtige Idee. Otto Riedmüller, der dies liebgeschrieben hat, Herr, wir stehen Hand in Hand. Er ruft erstmalig 1930 als Jahreslosung aus. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und dann auch die Griechen. 1930. Und Riedmüllers Idee wird dann 1934 von den evangelischen Kirchen übernommen und bis heute beibehalten. Also halten wir das fest, die Jahreslosung war ursprünglich eine Parole biblischer Freiheit, die den Menschen aus allen falschen Bindungen ideologischer Art herausruft. Und in diesem Jahr kommt die Jahreslosung aus Jesu eigenem Mund. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und diese Parole heißt Komm. Es ist eine Ermutigung zum Kommen. Und wir spüren förmlich den Kontrast zu den Parolen unseres Zeitgeistes. Und eine der lautesten Parolen dieses Zeitgeistes heißt Wegbleiben. Bleib weg von deinem Nächsten. Bleib weg von deiner Familie, möglichst sogar über Weihnachten. Vorausgesetzt es sind mehr als zwei Ungeimpfte dabei. Bleib weg von deinem Großvater in der Klinik und lass ihn notfalls alleine sterben. Bleib weg von deinem Sportverein. Bleib weg von deinem Sinfonieorchester. Tja, und manche haben daraus sogar gemacht. Bleib weg von deinem Gottesdienst. Und leiste dir lieber eine gemeindliche Fernbeziehung über den Bildschirm. Genau diese Parole übermittelten übrigens auch gestern die Bilder vom Neujahrsgottesdienst, den das ZDF aus der Frauenkirche in Dresden übertrug. Ich habe nur mal kurz reingeschaut. Gähnende Lehre in der riesigen Kirche. Da können Sie noch so viel von Zuwendung und Solidarität reden. Das war wahrscheinlich als Vorbild gedacht. Wir präsentieren eine leere Kirche. Das passt ja auch zu deren Normalsituation. Und dann ein paar Musiker, ein paar Chormitglieder, alle weiträumigst verteilt über das riesige Kirchenschiff. Die Kälte der Distanz war mit Händen zu greifen. Und gegen alle Anstiftungen zum Wegbleiben, zum Abstand halten, zur Dauermaskerade, wie sehr sie viele Menschen auch seelisch beschädigen mag. Gegen all diese Anstiftungen setzt Gottes Jahreslosung die Verheißung persönlicher Nähe. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht auf Abstand halten, sondern ich werde ihn in meine Arme nehmen. Das sagt Gott. Und Jesus hat diesen Ruf zur Nähe immer wieder erklingen lassen. Und er hat ihn dann auch durch seine Apostel weiter verbreitet. Wir haben das eben mitbekommen in der Schriftlesung. Dieses Gleichnis Jesu aus Lukas 14, ab Vers 15, wo der Herr Jesus einlädt und sagt, holt die Leute heran, dass sie kommen zum Fest. Sie sollen dabei sein, wenn das Evangelium erklingt. Sie sollen dabei sein, wenn wir uns über Gott freuen und ihn ehren. Eine leidenschaftliche Einladung zum Fest. Und als viele der Etablierten sie abladen, sie haben das gehört, dann wird diese Einladung dort besonders verteilt. wo die Leute kaum eine Chance haben, strenge Hygienebedingungen zu erfüllen. Nämlich an den Hecken und Zäunen, in den Gassen und den Elendsquartieren. Lukas 14, Vers 21. Geht hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Ja, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus an die Landstraßen und an die Hecken und Zäune und nötigen sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. So ruft es der Herr. Und die Kraft von Gottes Einladung, die Kraft von Gottes Einladung ist nun gebündelt in diesem Vers unserer Jahreslosung. Es ist nicht nur eine Parole, sondern es ist eine tiefe Wahrheit. Wir haben diese Predigt genannt, Parole 22. Weil Gott uns diese Parole gewissermaßen zuruft, damit wir sie weiterrufen. Eine tiefe Wahrheit. Und wir werden die Kraft dieser Wahrheit nur dann annähernd ausschöpfen, wenn wir sie in ihrem inneren Zusammenhang verstehen. Und das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten miteinander versuchen. Und deshalb fragen wir zunächst nach dem Kontext. In welcher Situation hat der Herr Jesus diese Worte gesprochen, ja ausgerufen und zu wem hat er sie gesagt. Und dazu lesen wir nochmal, wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie bitte auf. Johannes 6, ab Vers 35. Unser Vers steht ja dann in Vers 37. Wir lesen 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern dem Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Zu Beginn von Johannes 6 hören wir den Bericht über die Speisung der 5.000. Also 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder. Und wie die Leute begeistert sind, dass Jesus aus dem Wenigen Brot für alle macht und Fisch. Und das Ganze endet mit einem Missverständnis der Menschen. Sie sind begeistert von Jesus, aber sie bleiben blind dafür, wer er wirklich ist und was das Beste ist, das er ihnen geben will. Sie denken nur oberflächlich in den Kategorien von Brot und leiblicher Versorgung. Und das sagt der Herr Jesus auch hier in Vers 36. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Das war dieses grobe Missverständnis am Ende der Brotvermehrung. Der Brotkönig, den wollten sie, den Politiker, den Sozialbeglücker, aber nicht den Sohn Gottes. Und einen Tag später hat Jesus ihnen das nochmal gesagt. In Johannes 6 Vers 26, da sagt er wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Jesus sagt, es geht um mehr als äußere Nahrung. Ihr braucht ewiges Leben. Ihr braucht den Sinn eures Lebens. Ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Ihr braucht Frieden im Herzen. Ihr braucht Trost in eurer Verzweiflung. Und dafür braucht ihr ein persönliches Verhältnis zu mir. Vers 29. Jesus antwortete, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihr sollt mir vertrauen. Darum geht es. Und nicht bei den Äußerlichkeiten stehen bleiben. Aber sie bleiben bei dieser äußeren Bedürfnisbefriedigung stehen. Das sieht man auch in Vers 34. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Also am besten jeden Tag eine Speisung. Gratis. Kommen wir gerne wieder. Das erinnert uns an die Frau vom Jakobsbrunnen, die auch dachte, Jesus wolle ihr das Wasser aus dem Brunnen geben. Und gib uns jeden Tag so eine Gratisladung. Dann ist es für uns bequemer, unsere Nahrung zu besorgen. Natürlich muss man die Menschen auch verstehen irgendwo. Die Galiläer von Kapernaum, die waren teilweise unterdrückt von den Römern, ausgebeutet von Grundherren. Dass die sich über eine solche Unterstützung ihrer Versorgungskasse gefreut haben, kann man nachvollziehen. Aber offensichtlich blieben sie gefangen in ihren diesseitigen alltäglichen Problemen. Und sie wurden blind, immer blinder für ihre noch viel größeren Probleme. Nämlich die Probleme ihres Herzens. Und Jesus verspricht eine viel, viel reichere Lebenserfüllung. Eine Lebenserfüllung, die den gesamten Menschen erfasst. Eine Lebenserfüllung, die uns wirklich Trost gibt, die uns glücklich machen kann, die uns unabhängig machen kann, auch von den sich ständig wandelnden äußeren Umständen. Und der Jesus sagt dann in Vers 35, das ist der Zusammenhang, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nicht mehr dürsten. Nach Leben, nach Sinn, nach Geborgenheit, nach Trost. Letztlich nach Gott. Und da macht der Jesus deutlich, kommen und glauben sind zwei Wörter für dasselbe. Wer zu mir kommt und wer an mich glaubt. Und Jesus macht deutlich, diese Gabe, die er anzubieten hat, ist nicht ein kurzfristiger Stimmungsaufheller. Nicht eine Sozialfinanzspritze, die mal ein paar Tage länger uns durchkommen lässt, sondern es geht hier um eine dauerhafte Geborgenheit für meine gesamte Existenz. Aber die Leute wollen irgendwie nicht. Spüren sie das nicht, was sie hier bekommen können. Und Jesus, Jesus spürt den inneren Widerstand seiner Gesprächspartner. In unserem Text, Vers 36, er sagt, ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Und die Frage ist, was ist das? Warum glauben sie nicht? Ist das Begriffsstutzigkeit? Ist das innere Ablehnung? Ist das Stolz? Ist das die Sorge, die Herrschaft über das eigene Leben zu verlieren? Jesus geht immer wieder ran, und wir erleben das ja auch manchmal in Gesprächen, wenn wir nah an den entscheidenden Punkt kommen, dann biegt unser Gegenüber plötzlich wieder ab. Dann sind wir kurz davor, ihm das Evangelium zu sagen. Ach ja, und übrigens, wie schön war das gestern. Und so ähnlich machen die es hier auch. Und Jesus spielt mit dieser Formulierung in Vers 36, ihr glaubt nicht, nochmal auf Vers 26 an, wo er gesagt hat, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr die Zeichen gesehen habt, also weil das Zeichen euch etwas von mir deutlich gemacht hat, sondern weil ihr gegessen habt und satt geworden seid. Also das wäre etwa so, wenn jemand am Abendmahl teilnimmt, einfach weil ihm der Wein schmeckt. Und nicht, weil ihm das Abendmahl wichtig ist, als Hinweis auf das, was Jesus sagt. Ihr habt mal so einen super guten Abendmahlswein, komme ich mal und bin dabei. Und so sagt Jesus, ihr wollt das Brot, aber ihr wollt nicht das Zeichen. Aber Jesus gibt nicht auf. Er ringt um sie. Und auch in diesen Versen, die wir jetzt gleich uns anschauen. Und Jesus, das sieht man hier in diesem Kapitel, Sie müssen das unbedingt mal im Ganzen lesen. Er startet immer noch mal wieder eine weitere Gesprächsrunde. So wie er uns auffordert, immer wieder noch mal die zweite Meile zu gehen. Das ist so bewegend. Diese Vorgehensweise Jesu, diese unermüdliche Gesprächsgeduld, die besonders hier im Johannesevangelium immer wieder dokumentiert wird. Davon wollen wir lernen, auch im neuen Jahr. Und in dieser schon ziemlich verkanteten Gesprächssituation spricht Jesus noch einmal seine Einladung aus. Er sagt es noch mal. Und er kleidet diese Einladung in das kleine Wörtchen Komm. Christ werden heißt kommen. Und dabei zeigt er uns erstens, warum jemand kommt, zweitens, wie jemand kommt und drittens, wohin jemand kommt. Erstens, warum jemand kommt. Vers 37a. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Zunächst also derjenige wird zu mir kommen, bei dem der Vater das bewirkt. Das heißt, die Gläubigen sind das Geschenk des Vaters an den Sohn. Der Vater wird sie zum Sohn bringen. Und das alles, was hier steht, ist ein Singular, ein Neutrum Singular, das bezeichnet eine Gruppe, eine Gesamtheit. Nämlich die Gesamtheit derer, die der Vater dem Sohn als Gläubige schenkt. Die der Vater dem Sohn schenkt, als Jünger, als Nachfolger. Und das ist natürlich zunächst mal ein Schocker. Das ist auf den ersten Blick verwirrend. Und hier liegt sicher ein Grund, warum sich am Ende dieses Tages etliche oberflächliche Anhänger wieder von Jesus getrennt haben. In Vers 66 steht, am Ende dieses Kapitels, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger, also das waren nicht die Zwölf, sondern der größere Kreis der Anhänger, kann man sagen, wieder zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und unmittelbar davor, in Vers 65 steht nochmal, fast die gleiche Aussage wie in Vers 37a. Da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. So steht es auch nochmal in Vers 65. Und dann heißt es, und daraufhin zogen sie sich zurück. Viele. Und damit zeigt Jesus, wie kostbar der Glaube ist. Wie überhaupt nicht selbstverständlich. Sondern der Glaube ist ein Geschenk. Zunächst ein Geschenk des Gläubigen, des Vaters. Der Vater schenkt den Gläubigen Christus. Der Vater schenkt den Gläubigen Christus. Und er schenkt dem Gläubigen den Glauben. Ein Doppelgeschenk des Vaters. Er schenkt dem Gläubigen den Glauben und dann schenkt er ihnen Christus, diesen Gläubigen, als seinen Nachfolger. Halten wir das unbedingt fest. Der tiefste Grund dafür, dass jemand zum lebendigen Glauben kommt, ist nicht seine Moral, ist nicht seine grundsätzliche religiöse Offenheit, ist nicht seine philosophische Klugheit, ist auch nicht seine christliche Prägung. So wichtig diese christliche Prägung und hilfreich sie sein kann, auf dem Weg dorthin. Sondern der tiefste Grund dafür ist, dass der Vater ihn zum Glauben zieht. Das sagt Jesus hier in Vers 37, wie wir gehört haben. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das sagt Jesus in Vers 65. Das sagt Jesus allein in diesem Kapitel noch ein weiteres Mal in Vers 44. Johannes 6, Vers 44. Da sagt er, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Das ist ganz eindeutig. Und Jesus sagt das in Matthäus 11, Vers 25, ganz ähnliches, kommen nur die, denen es mein Vater gibt, denen der Vater das schenkt, und denen ich das schenke. Auch da spricht Jesus eine innige Einladung aus. Das ist ja dieser andere große Kontext. In Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann heißt es in Vers 25, Matthäus 11, 25, zu jener Zeit begann Jesus und sagt, ich preise dich her des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Und dann Vers 27, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem es der Sohn offenbaren will. Ein Geschenk. Und im Neuen Testament begegnen wir dieser Wahrheit an vielen anderen Stellen auch noch, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, denn denen, die Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, und ersehen bedeutet, die er zuvor erwählt hat, so ist der Begriff dort gemeint, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Darum kommt jemand, wenn er kommt. Das ist die tiefste Ursache dafür, dass der Vater dem Sohn einen weiteren Menschen schenkt, der ihm nachfolgt, der ihn als Sohn Gottes anbetet. Und Jesus bekräftigt das dann nochmal hier in unserem Text, Johannes 6, in Vers 39, wenn er sagt, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Also es ist ganz eindeutig. Vielen Christen, auch vielen echten Christen, ist das nicht bewusst. Vielen auch echten, ernsthaften Christen geht es, wie jedem kleinen Mädchen, von dem ich hier schon erzählt habe, dass ich verlaufen hatte, beim Spielen völlig selbst vergessen, immer tiefer in den Wald reingerannt war, und irgendwann merken es die Eltern und sind entsetzt und trommeln alle Freunde zusammen, um das Kind zu suchen und sie suchen die ganze Nacht durch. Und im Morgengrauen sieht dann der Vater das Mädchen ganz erschöpft, die hatte wohl gesucht und gesucht, ganz erschöpft auf einem kleinen Steinblock dort liegen und er rennt ganz beglückt auf sie zu, reißt sie aus dem Schlaf, schließt sie in die Arme und das kleine Mädchen ruft, ich habe dich gefunden, Papa, ich habe dich gefunden. Natürlich, aber er hatte sie gefunden. Und so findet Gott uns. Und wir jubeln zurecht und freuen uns und sagen, ich habe dich gefunden, Gott, aber ich durfte dich finden, weil du mich gefunden hast und weil du mich gesucht hast und weil du nicht aufgehört hast, nach mir zu suchen, bis du mich hattest. Und diese Wahrheit ist so wichtig, dass Jesus sie sogar in dieser Situation ausspricht. Er hätte ja auch sagen können, ist ohnehin eine heikle Gesprächssituation, lass ich das mal. Nein, das ist grundlegend. Das ist ein Geschenk des Vaters. Und jetzt müssen wir uns immer vor einem Missverständnis hüten, das uns Menschen leicht unterlaufen kann. Wenn wir uns so in unseren eingefahrenen gedanklichen Gleisen bewegen, wenn wir uns manchmal schwer tun, Gottes Gedanken nachzudenken, weil sie eben höher sind als unsere Gedanken und Gott würdigt uns trotzdem dessen, dass er uns das immer wieder sagt und erklärt. Nun kann uns leicht folgender Kurzschluss unterlaufen. Wenn wir das hören, dass wir dem Sohn geschenkt werden vom Vater, dass wir dann sagen, dann habe ich ja gar keine Verantwortung für meinen Glauben. Dann muss ich auch nicht reagieren. Dann muss ich mich auch nicht bekehren. Dann habe ich auch gar keine Chance, zu Gott Kontakt aufzunehmen. Dann brauche ich erst gar nicht mit dem Beten anzufangen. Dann setze ich mich einfach hin und warte ab, was passiert. Und genau diesem Fehlschluss, der uns ja in die Verzweiflung stürzen müsste, diesem Fehlschluss, der eine Folge unserer doch sehr holzschnittartigen Logik ist, dem tritt Jesus jetzt mit der Fortsetzung von Vers 37 entgegen. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist die Jahreslosung. Hat er zu Jesus, Jesus also zunächst erklärt, warum jemand Christ wird, so sagt er nun im Zweiten, wie jemand kommt, wie jemand Christ wird. Und das müssen wir jetzt ganz genau verstehen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es geht um eine persönliche Hinwendung zu Jesus. Also Teil A des Verses beschreibt den Vorgang aus Gottes Perspektive und Teil B beschreibt ihn aus unserer Sicht. Das ist gewissermaßen komplementär, wie in der modernen Physik. Jesus fordert uns zu einem konkreten Schritt auf. Er fordert dich zu einem konkreten Schritt auf, den du quasi in deinem Herzen gehen sollst. Und hier liegt der Schlüssel zum Christsein in dieser Formulierung, wer zu mir kommt. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Christ werden ist ein Vertrauensschritt zu einer wirklichen Person. Einige von Ihnen kennen das Buch von Wilhelm Busch, dem Pfarrer aus den 60er Jahren, Jesus, unser Schicksal. Und da macht Wilhelm Busch immer wieder deutlich. Müssen Sie unbedingt mal lesen, wenn Sie es noch nicht gelesen haben. Es geht in deinem Leben entscheidend darum, diese eine Beziehung zu Jesus zu klären. Weil davon deine ganze Existenz, dein ganzes Schicksal abhängt. Jesus, unser Schicksal. Und dazu ist es natürlich unverzichtbar, dass ich Informationen über diese Person erhalte. Dass ich sie auf eine angemessene Weise kennenlernen kann. Und Vers 40 nennt den Weg, wie man Jesus kennenlernen kann. Da sagt er, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also, sieht und an ihn glaubt. Und dabei, was ist mit dem Sehen gemeint? Mit dem Sehen ist mehr gemeint als nur eine äußere, vordergründige Wahrnehmung. In Vers 36 sagt Jesus, ja, ihr habt mich gesehen und trotzdem nicht geglaubt. Das war dieses vordergründige, nur mal drauf schauen, wie bei der Speisung der 5000. Aber hier im Vers 40 steht für Sehen noch ein anderes griechisches Wort, nicht Horao, sondern Theoreo. Das ist der Wille dessen, dass der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht, da steht Theoreo. Das ist nicht immer so ganz grob unterschieden, Horao und Theoreo. Hier in diesem Fall greift es aber schon. Theoreo, im Wörterbuch zum Neuen Testament wird das so übersetzt, vom geistigen oder verstehenden Sehen. Bemerken, beobachten, finden. Theoreo. Und Sie haben es schon gehört, das ist verwandt mit unserem Wort für Theorie. Theoreo. Und Theorie im besten Sinne, dass ich verschiedene Fakten und Beobachtungen in ihrem Zusammenhang verstehe und dadurch in ihrer eigentlichen Bedeutung. Und darum geht es um den Zusammenhang der Fakten, den ich verstehen darf, weil Gott mir den Blick dafür öffnet. So wie Hiob sagte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernonnen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42 Vers 5. Das war nicht so, dass er ein Bild von Gott gesehen hat, sondern dass er ihn immer besser verstanden hat. Dass er die Fakten jetzt zusammengeordnet hat und verstanden hat, was ihm das über Gottes Persönlichkeit und seinen Glauben aussah. Und so hatten die die Brotwunder von Jesus gesehen, die hatten die Heilungswunder gesehen. Kurz danach wird Jesus dem blinden Barthimeus heilen. Und sie haben Jesu Worte gehört, in denen Jesus das alles erklärt. Vers 38. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Ich komme von Gott, direkt heißt das. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern dem Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich bin das Brot des Lebens, das wahre Brot. Du musst mich essen mit deinem Herzen. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Das heißt, ich bin von Gott gekommen. Das ist der Hinweis auf seine übernatürliche Geburt. Und für uns ist ja noch viel mehr dazugekommen, was wir einbauen können in diesen Gesamtrahmen. Dass er auch verstanden ist. Dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Dass er die Macht des Todes endgültig gebrochen hat. Das alles dürfen wir ja sehen. Dass sich Verheißung und Verheißung der Bibel erfüllt vor unseren Augen. Und Jesus richtig zu sehen nach Vers 40 heißt also, ihn richtig zu verstehen. Ihn als den zu erkennen, der er wirklich ist. Und als den zu erkennen, als der er sich in diesen Versen uns zu erkennen gibt. Das bedeutet Jesus sehen. Hast du Jesus schon so gesehen? Schau her. Er sagt in Vers 38 Ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Das ist nicht irgendwie ein naives Weltbild. Er ist mit der Leiter darunter gestiegen. Er kommt aus Gottes ewiger Welt in unsere Zeit hinein. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Deswegen musste er auf eine übernatürliche Art und Weise geboren werden. Durch die Jungfrauengeburt. Und schau, wie er sich dir vorstellt. Mit welchem Ziel, Vers 40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Daran siehst du, er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist nicht ein Prophet. Er ist nicht einfach nur ein Gesandter. Er ist nicht nur ein Vorbild für moralisches Leben. Er ist Gottes eigener, realer Sohn. Und als den musst du ihn erkennen. Und du hast Jesus erst dann richtig verstanden. Nicht, wenn du sagst, ach, ich halte auch viel von Jesus. Ach, ich bin auch ein Bewunderer von Jesus. Sondern wenn du ihn als den wahrhaftigen Sohn Gottes erkennst, Vers 40, der auch für dich vom Himmel auf die Erde gekommen ist, Vers 38. Und dann erst weißt du, dass es eine echte, persönliche Einladung ist, die er dir in seiner Jahreslosung zuruft. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Jesus selbst definiert im unmittelbaren Zusammenhang, was er mit kommen meint, nämlich glauben. Glauben ist kommen. Ihn anrufen, zu ihm beten, ihn als diese reale Person ansprechen, die er wirklich ist. Viele Menschen denken, um Christ zu werden, ach, da müssen sie etwas Besonderes leisten oder tun. Da müssen sie erst mal bestimmte Gebote erfüllen, bestimmte Werke vollbringen, einen bestimmten Lebensstil sich aneignen. Und Jesus sagt, nein, das ist es nicht. Das schaffst du nicht. Du wirst nicht göttlich durch deinen Lebensstil. Sondern der entscheidende Schritt besteht darin, dass du zu mir kommst. Und dafür ist es entscheidend, dass Jesus wirklich lebt, dass er real von den Toten auferstanden ist, dass wir wissen, das Grab war leer. Die Zeugen haben ihn gesehen und er ist dann nach diesen 40 Tagen, wo er noch Menschen auf dieser Erde begegnet ist, in Gottes für uns noch unsichtbare Welt gegangen. Aber er kann jederzeit uns hören und wir dürfen überzeugt sein, er sieht uns jetzt, wenn wir zu seiner Ehre hier diesen Gottesdienst feiern. Und darum, darum konnten Menschen in allen Epochen der Geschichte Christen werden. Weil Jesus diesen Weg bis heute freigehalten hat. Deswegen konnten sie Christen werden. Und damit Sie sich das noch ein bisschen konkreter vorstellen können, will ich Ihnen an dieser Stelle das Beispiel von einem lieben Kollegen erzählen. Also einem wirklich realen Menschen, einem hochgeschätzten Mitstreiter, den ich jetzt erst im November in der Schweiz wieder treffen durfte bei einer gemeinsamen Veranstaltung. Wer Jesus gefunden hat, wer zu ihm gekommen ist, wahrscheinlich haben einige von Ihnen auch schon eines seiner vielen Bücher gelesen. Sein Kommentar zum Hiob-Buch war für uns eine ganz große Hilfe jetzt bei unseren Auslegungen. Er hat eine geniale Biografie über George Whitefield geschrieben, aber vor allem ganz viele sehr, sehr hilfreiche Bibelauslegungen. Benedikt Peters. Und Dr. Benedikt Peters gehört nach meiner Überzeugung zu den präzisesten Auslegern der Bibel aktuell lebend, die ich kenne. Er ist ein sehr akribischer Denker. Und das sehen Sie auch daran, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat das einmal erzählt. Und Sie können das etwa auf der Homepage des Missionswerkes Heukelbach nachvollziehen. www.heukelbach.org querstrich Sehnsucht2020 Das können wir vielleicht nochmal ausweisen. 18 Jahre ist er. 1968 ist er 18 Jahre. Kommt voll in die 18er, in die 68er-Bewegung rein. Fragt brennend nach dem Sinn des Lebens und kommt zu dem Ergebnis, es hat keinen Sinn. Benedikt Peters mit 18. Er experimentiert in einer Clique mit leichten Drogen. Nach dem Abi will er schnell die eingeengte Schweiz verlassen. Gebürtig eigentlich in Schweden. Aber er hat dann und lebt bis heute in der Schweiz. Und dann findet er mit seinen Typen einen Ort an den Ausläufern des Himalaya, wo sie Cannabis in Mengen genießen. Und merken, das macht uns doch nicht glücklich. Er kann auch nicht schlafen nachts. Es treibt ihn um. Und dann bekommt er den Impuls lieber, er sollte doch wieder nach Hause gehen. Über Indien, Pakistan, Afghanistan, zurück in die Schweiz. Dann kommt er von den Drogen weg, merkt, das bringt mir doch nichts. Aber jetzt überfällt ihm noch mal tiefer diese Sinnlosigkeit. Wozu lebe ich überhaupt? Fragt er sich. So ein Grübler ist er. Und er sagt wörtlich, ich habe den Tag verflucht, an dem ich geboren war. Ich war empört gegen die Wirklichkeit. Nach dem Motto, warum fordert die Wirklichkeit von mir zu leben? Was bildet die sich ein? Er überlegt, seinem Leben ein Ende zu setzen, aber dann kommt ihm dieser kluge Gedanke, Selbstmord trifft ja nur meinen Körper. Mein Elend steckt aber eigentlich in meinem Denken. Und was ist, wenn ich meinen Körper töte, aber keine Ruhe in meinem Denken finde? Und dann trifft er einen Freund aus alten Tagen, der ist selber kein Christ, aber gibt ihm ein neues Testament und sagt, mir hat das irgendwie geholfen, das zu lesen. Und Benedikt Peters liest es zunächst Matthäus, aber ein Geben von vorne an und dann trifft er sich zwischendurch mit dem Freund, der zitiert ihn aus diesem Vers, den wir vorhin auch gelesen haben, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und Benedikt Peters sagt, durch dieses Wort hat Gott mich damals schon angesprochen. Und wie Jesus dann sagt, kommt und lernet von mir und nehmt auf euch meinen Joch. Und er wollte von Jesus lernen. Er sagt, ich habe in dem Moment kapiert, ich muss irgendwie zu Jesus kommen. Aber wie? Was heißt das, zu Jesus kommen, wenn er sagt, lern von mir? Und nun liest Benedikt Peters das Neue Testament, da ahnte er noch nicht, wie viele Kommentare über das Neue Testament mal schreiben würde, mit der Frage, Jesus, was soll ich lernen? Jesus, was soll ich tun? Und dann liest er weiter bis zum Johannes-Evangelium. Und im Johannes-Evangelium, sagt er, wird ihm plötzlich bewusst, Gott ist, Gott ist, Gott existiert. Er hatte bis dahin immer so gelebt, als wäre er sein eigener Herr. Und er sagt, in dem Moment bin ich auf die Knie gefallen und habe zum ersten Mal seit meiner Kindheit wirklich gebetet und habe einfach gesagt, Gott vergib. Und er sagt, in dem Moment hatte ich eine Freude, die ich seit Jahren nicht gekannt hatte. Er konnte das nicht erklären, warum Gott ihm vergeben hat. Er suchte weiter, er brauchte ja Sicherheit. Dann sagt er, gehe ich nochmal nach Indien, vielleicht finde ich da die Ruhe, das weiter zu studieren, bleibe dann aber in Pakistan hängen, weil er dort Christen kennenlernt. Und Benedikt sagt, zum ersten Mal habe ich da mit Christen eine Zeit lang zusammengelebt. Er lernte schnell ihre Sprache. Der Mann ist einfach ein Sprachgenie. Der lernt dann immer auch mal schnell Pakistanisch noch. Und er sagt, ich las jeden Tag, jeden Tag in der Bibel. Und es dauerte ein Jahr. Und dann hatte ich das Evangelium endlich verstanden. Er sagt, ein Jahr lang versuchte ich alles zu tun, was Jesus im Evangelium, im Neuen Testament anordnet und sagt, ein Jahr lebte ich unter dem Gesetz. Ich versuchte einfach gehorsam zu leben. Und ich merkte, ich bekam keinen Frieden. Und bei aller äußeren Ordentlichkeit, die ich mir zugelegt hatte, spürte ich doch im Inneren immer wieder meine bösen Gedanken, meinen Huchmut, meinen Neid, meinen Groll. Ich wurde das nicht los. Und dann hat er zwei schlaflose Nächte sein Gewissen aufgewühlt. Und in dieser einen Nacht, sagt er, habe ich das Evangelium verstanden. Ich hatte ein Jahr lang die Bibel gelesen, ich hatte Predigten gehört. und so erinnerte mich, ich mich in dieser Nacht an ein Wort, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seit guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Und er sagt, da ging mir das Licht auf. In der Welt habt ihr Angst, aber seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, ich bin aufgestanden, aus meinem Bett hinausgegangen. Es war Januar im Jahr 1972. Wir waren im Norden Pakistans, in Punjab. Die Nächte sind dort ziemlich kalt, einige Grad nur über null. Ich habe mich dort niedergekniet in den Sand. Ich spüre heute noch den kalten Sand auf den Knien. Und dort betet er dann. Und er sagt, da war er wirklich der Sohn Gottes. Ich wusste es. Und ich habe ihm nur das gesagt. Herr, du hast alles für mich getan. Du hast für mich gelitten am Kreuz. Nicht nur für meine bösen Taten und Gedanken. Du hast auch gelitten und bist gestorben für meine ganze Unfähigkeit, das Gute zu tun. Und Herr, da bin ich. Jetzt nimm mich. Und von dem Tag an sagt Benedikt Peters, wusste ich, ich bin ein Kind Gottes. Und ich habe ewiges Leben. Und diese Gewissheit hat mich bis heute nicht mehr verlassen. Jetzt als ich ihn traf, im November war er 71. Und ich kann Ihnen bestätigen, diese Gewissheit hat er noch immer. So ist er zu Jesus gekommen. Dafür müssen Sie nicht nach Pakistan gehen. Das muss auch nicht immer so dramatisch lange dauern. Gott macht mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Aber ich habe Ihnen das deshalb erzählt, weil daran deutlich wird, es geht um ein konkretes zu Jesus kommen. Es geht konkret darum, sich vor dem Sohn Gottes zu beugen. Ob im Punjab oder hier in Hannover. Und wenn du so kommst, dann hast du die Garantie, dass er dich nicht hinausstoßen wird. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Und Jesus bekräftigt das im Griechischen mit einer zweifachen Verneinung. Im Griechischen steht da, umä, auf keinen Fall. Umä. Zwei Wörter. Niemals. Keinesfalls. Werde ich den hinausstoßen. Und damit haben wir am Schluss die Information, wohin jemand kommt, wenn er zu Jesus kommt. Wir haben gesehen, warum jemand kommt, weil der Vater ihn zieht. Wir haben gesehen, wie jemand kommt, nämlich persönlich zu Jesus, dass er die Fakten alle im Zusammenhang versteht und ihn anbetet als den, der er ist. Und schließlich, wohin jemand kommt zum Schluss? Jesus sagt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Wohin kommst du? Du kommst in die persönliche Gemeinschaft mit Jesus. Das ist keine mystische Erfahrung. Das ist nicht irgendein spirituelles Geklingel, das du dann in den Ohren hörst. Aber das ist die Gewissheit, die er dir verbirgt in seinem Wort, dass er da ist. Und die Qualität dieser persönlichen Gemeinschaft, in die du hineinkommst mit Jesus, ist, dass sie unzerstörbar ist. Unzerstörbar. Deine Gefühlslage, mal rauf gehen und mal runter gehen. Du magst dich ihm mal näher fühlen, mal weiter entfernt fühlen, aber er hält dir die Treue. Und Jesus betont das hier in Johannes 6, Vers 39. Das ist alles so herrlich, ausdrücklich, explizit hier alles formuliert. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Nichts. Auch nicht dich und auch nicht mich. Er verliert nichts daraus und auch nicht Benedikt Peters, dass ich nichts verliere. Und das Ganze ist eben zusätzlich noch abgesichert durch den Willen des Vaters. Wer zu mir kommt, wer sich mir anvertraut, der darf wissen, dass er zu denen gehört, die mir der Vater gegeben hat. Wenn du zu Jesus gekommen bist, dich ihm anvertraut hast, dann höre diese frohe Botschaft. Der Vater hat dich ihm gegeben. Und daraus folgt dann auch die Garantie, dass er dich keinesfalls und niemals hinausstoßen wird. Und dieses Wort macht umso deutlicher, wofür wir bewahrt werden, wenn wir zu Jesus kommen. Hinausstoßen. Da steht im Griechischen der Begriff Ekballo. Und Ekballo, das ist ein typischer Begriff der Gerichtssprache. Und dieser Begriff wird oft verwendet für das Verdammtwerden im Gericht Gottes. Also zum Beispiel Johannes 12, Vers 31. Da wird das gesagt über den Teufel. Der Teufel wird hinausgestoßen in das Gericht Gottes und wird dem Gericht Gottes übergeben. Oder in Matthäus 8, Vers 12 wird es über die, die Jesus ablehnen, gesagt, sie werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Da steht Ekballo. Oder im Gleichnis vom Gastmahle Matthäus 22. Werft ihn, den, der Gottes Vergebung nicht will, hinaus in die äußerste Finsternis. Oder Matthäus 25, Vers 30. Werft ihn, den unnützen Knecht, also der, der nicht Jesus wirklich gehören will, hinaus in die Finsternis. Und in Matthäus 25, Vers 30 wird diese Finsternis noch genauer definiert als die Hölle. Also hinauswerfen, gerichtet werden von Gott, weil er heilig ist und gerecht. Und Jesus sagt, niemals, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Für den gibt es kein Ekballo mehr. Für den gibt es kein ihm bedrohendes Gottes Gericht mehr. Jesus wird dich niemals an die Verdammnis ausliefern. Denn er wird dich nicht verlieren, Vers 39, weil das der Wille des Vaters ist und der Wille Jesu. Und das erinnert uns nochmal an Vers 40, wo Jesus sagt, was bekommst du dann, dass jeder, der den Sohn Gottes sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und du musst wissen, dieses ewige Leben beginnt schon jetzt. Dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. So steht es auch in Johannes 3, Vers 16, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das heißt, du gehörst jetzt schon zu Jesus. Du darfst dich jetzt schon auf seine Fürsorge verlassen. Du darfst jetzt schon aus seiner Vergebung leben. Du darfst jetzt schon wissen, dass er dich an seiner Hand durch dieses neue Jahr führen wird, was immer auch geschieht und dass er dich nie allein lassen wird. Ewiges Leben schon jetzt. Aber dieses ewige Leben ist zugleich unzerstörbar. Und deswegen trägt dieses Leben die Auferweckungsgarantie Auferweckungsgarantie in sich. Das betont Jesus zweimal in diesen Versen. Er sagt es am Ende von Vers 39, dass ich nichts verliere von allem, was der Vater mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und dann nochmal in Vers 40, dass jeder, der den Sohn Gottes sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist garantiert. Am letzten Tag, wenn Jesus seine Gemeinde nach Hause holt bei der Entrückung, dann wird er dich auferwecken und dir einen neuen, unzerstörbaren Leib geben. Aber schon vorher, unmittelbar nach deinem Sterben, wirst du mit Paulus sagen können, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Du wirst schon vorher bei ihm geborgen sein. Du wirst ihn schon vorher sehen. Und am letzten Tag, dann wird er dich auferwecken, dir einen neuen Leib schenken. Und es wird alles, alles gut. Und so sehen wir, wie diese kostbaren Verse, es sind nur wenige, aber sehr detailliert beschreiben. Deswegen müssen wir sie so im Einzelnen gewissermaßen sezieren. Warum wir kommen? Weil der Vater uns Jesus schenkt. Das war der erste Teil. Alles, was mir der Vater gibt, wird es zu mir kommen. Wie wir kommen? Indem wir nämlich uns persönlich an Jesus wenden und ihn als unseren Retter anrufen. Wer zu mir kommt? Und schließlich der letzte Teil dieses Verses, wohin wir kommen. Nämlich in die unzerstörbare Gemeinschaft mit Jesus. Den werde ich nicht hinausstoßen. Keine Verdammnis mehr. Und das schließt alles ein, was Jesus hier benannt hat. Dass wir nicht im Gericht verdammt werden. Ekballo ist für uns gestrichen. Dass wir jetzt schon ewiges Leben haben und dass wir am letzten Tag leiblich auferweckt werden von ihm. Was für eine wunderbare Perspektive. Und deshalb hat es Gerhard Mayer in seinem Johannes-Kommentar gut formuliert, wenn er sagt, Johannes 6, Vers 37 ist eine eherne Säule der Heilsgewissheit. Dieser Vers ist eine eherne Säule der Heilsgewissheit. Du darfst gewiss sein, wenn du zu Jesus gehörst, dass er dich nicht mehr loslässt. Und Gerhard Mayer fügt hinzu, wer sein verfuschtes Leben einmal Jesus anvertraut hat, der wird nicht hinausgewiesen, der wird nicht abgewiesen, der wird nicht der Finsternis preisgegeben. Auf dieses Wort kann man getrost leben und sterben. Zitat Ende. Was für eine Jahreslosung wird uns hier geschenkt, liebe Geschwister. Was für ein, das ist nicht ein goldenes Wort, das ist die kostbare, ewige Wahrheit unseres Herrn. Und wenn wir so in diese unzerstörbare Gemeinschaft mit Jesus hineingezogen werden, dann gehört in der Folge dazu auch, und das ist für uns als Gemeinden so wichtig, dass wir mit den anderen Christen zusammengehören, die der gute Hürde in seiner Herde sammeln. Wir gehören zusammen. Und weißt du, auf diese Gemeinschaft der Geretteten deutet zweimal in unserem Text das Wort alles hin. Das steht einmal in Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und dann steht es nochmal in Vers 39, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Und dieses Wort alles, das ist ein Neutrum Singular und das meint nicht nur die Summe von Einzelnen, sondern das meint eine Gemeinschaft, eine Gesamtheit, alles, was der Vater mir gegeben hat in meiner kostbaren Gemeinde. Und in Johannes 10 wird Jesus das dann noch weiter ausführen, wenn er über den Hirten und die Herde spricht. Aber liebe Leute, das müssen wir zum Schluss festhalten. dieser Gesamtheit seiner Gemeinde hat Jesus einen großen Auftrag erteilt. Nämlich seine Parole in unser Land hineinzurufen und in die Missionswelt hineinzurufen bis zum letzten Tag. Und diese Parole, die er uns anvertraut, ist gebündelt in dem Wörtchen komm. Das ist die Gegenparole zur staatlichen Parole. Bleib weg, halte ich fern. Nein, Jesus sagt komm. Jesus hat das auch an anderer prominenter Stelle noch einmal gesagt. Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, sagt er da wörtlich. Und Ruhe, das ist das Gleiche, wie ich will euch nicht hinausstoßen. Du kommst nicht ins Gericht, du kriegst ewiges Leben, du wirst am Ende mit Garantie auferweckt. Das ist Ruhe, das ist Frieden. So sagt er es in Matthäus 11, 28 und hier in unserem Text. Und liebe Leute, wenn wir diese Parole glaubwürdig leben wollen, dann wird es für die Gemeinde Jesu wichtig sein, dass wir auch in diesem neuen Jahr unsere Türen weit, weit aufmachen, um Menschen zu Jesus einzuladen. Natürlich geht es in erster Linie nicht darum, dass sie zur Gemeinde kommen, sondern dass sie zum Herrn Jesus kommen. Aber Jesus hat die Gemeinde als die wichtigste Anlaufstelle eingesetzt, wo Menschen ihn kennenlernen können. Es kann auch mal sein, dass jemand ohne Gemeinde zum Glauben kommt, einfach durch Bibel lesen, klar. Aber selbst für Benedikt Peters, diesen Individualisten, war es dann diese Gemeinde in Pakistan, wo er sozusagen die entscheidende Anwendung gefunden hat. Und dazu hat Gott uns bestimmt, dass Menschen hier seine Rettungsparole hören. Die wichtigste Anlaufstelle ist die Gemeinde, wo Menschen Jesus finden. Und deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern schon gesagt, wer euch hört, hört mich. Und durch den Apostel Paulus hat Jesus gezeigt, dass die Gemeinde, also wir, sein Leib ist, wie er das Nein bezeichnet. Wir sind der Leib Christi, 1. Korinther 12, durch den Jesus sich der Welt zuwendet. Paulus schreibt, 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib des Christus. Das sind wir als Gemeinde. Kürzlich, ganz kürzlich, hat ein Redner aus der christlichen Szene sich fast höhnisch darüber geäußert, dass diese Jahreslosung missbraucht würde, wenn man daraus ableiten wolle, dass die Gottesdienste für alle Menschen offen bleiben müssten. Und dann hat er in seinem Text, der mir hier vorliegt, diese Initiative, wir schließen niemanden aus, weil wir die Gottesdienste für alle offen halten wollen. Er hat diese Initiative mit dem Verdacht belegt, wie er schreibt, ob hier nicht einer gewissen Radikalisierung Vorschub geleistet werde. Man beachte die Wortwahl. Nun, wenn jemand überprüfen will, wie besonnen oder radikal diese Initiative ist, dann soll er sich nochmal über unsere theologische Begründung in diesen sechs Thesen in Ruhe informieren. Wir verlinken das auch mit dem Video, sodass jeder diese sechs Thesen dann nochmal lesen kann. Natürlich verspricht die Jahreslosung nicht eine offene Tür zum Gottesdienst, sondern eine offene Tür zu Jesus. Aber Jesus fordert von seiner Gemeinde, dass wir seine werbende Einladung schrankenlos verkünden, schrankenlos leben und schrankenlos weitergeben. Paulus hat das selbst gesagt in Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Verkündiger? Und dafür, dafür ist die Gemeinde mitverantwortlich. Und darum, ihr Lieben, dürfen wir im Gehorsam gegenüber Christus keinen Menschen abweisen, der unseren Herrn in seiner Gemeinde sucht. Dabei werden wir und andere Gemeinden auch wie bisher in enger Absprache mit unseren Medizinern natürlich hygienische Sorgfalt und Rücksichtnahme walten lassen. Aber keine politische Institution und ich füge hinzu und kein theologischer Blockwart also Block, ja, B-L-O-G, kein theologischer Blockwart darf von uns fordern, als Gemeinde Jesu Menschen zurückzuweisen, die unser Herr zu sich und zu seinem Leib einlädt. Ja, es ist eine herausfordernde Parole 22, die uns mit dieser neuen Jahreslosung geschenkt und aufgetragen ist. Den Einzelnen fordert der Herr Jesus heraus, sich zu fragen, bin ich schon zu Jesus gekommen? Bin ich schon persönlich zu Jesus gekommen? Hier in Johannes 6 kannst du ganz praktisch sehen, wie das geschieht, wie du zu Jesus kommen kannst. Dass du ihn anredest, er ist da, er ist auferstanden. Dass du zugibst, wie sehr du ihn brauchst. Dass du zugibst, dass du ein Sünder bist vor ihm, weil sein Wort es dir sagt. So wie er mein Herz aufgedeckt hat, deckt er deins auch auf. Und dass du Jesus dafür dankst, dass er am Kreuz die Strafe getragen hat, auch für dich. Und dass du dich zu ihm flüchtest, als deinem Retter und deinem Herrn. Und Jesus hat es garantiert, wenn du kommst, er weist dich nicht ab. Und dann die Herausforderung an uns als Gemeinde. Jesus fordert uns heraus, dass wir so leben und so dienen und dass wir so in dieser Welt präsent sind, wie es seiner Einladung entspricht. Damit die Menschen seine offenen Arme und seine offenen Türen sehen können. Pastor Friedrich vom Bodelschwing. Damit schließlich war gepackt vom Elend der vielen Obdachlosen und Arbeitslosen in Berlin des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Und Bodelschwing sah hinter der sozialen Not auch immer die seelische Not, die viel schlimmer war, die Gottlosigkeit, die Verzweiflung. Und so gründete Bodelschwing, mal wieder, er hat ja vieles gegründet, dort in Berlin auch die sogenannte Lobetalarbeit der Stiftung Lobenthal. Und an den Eingang des Haupthauses ließ Bodelschwing, um das ganz deutlich zu markieren, warum wir hier sind, ließ Bodelschwing ein Standbild des einladenden Christus aufstellen. Um allen, die dorthin kamen, zu sagen, darum geht es, Christus lädt ein, zu ihm wollen wir euch rufen. Und unter Hinweis auf dieses Standbild hat Bodelschwing es seinen Mitarbeitern eingeschärft und dieser Satz ist überliefert, dass ihr mir keinen abweist. Dass ihr mir keinen abweist. Denn Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lieber Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir und wir loben dich von ganzem Herzen dafür, dass du wirklich vom Himmel gekommen bist, als der wahre Sohn Gottes. Und dass du so gerungen hast um die Menschen, dass du ellenlange Gespräche mit ihnen geführt hast und dass du dafür gesorgt hast, auch durch Johannes, dass wir so gründlich und detailliert und differenziert über deinen Plan informiert werden und danke, dass du heute noch genauso um Menschen ringst. Danke, dass du Benedikt Peters auf diesem langen Weg zum lebendigen Glauben an dich geführt hast und dass du jeden von uns rufst, Herr, wir brauchen dich, wir beten dich an und wir bitten dich, lass es in dem neu begonnenen Jahr geschehen, dass noch viele, viele Menschen so zu dir kommen und gerettet werden auf ewig. Amen. Wir wollen darauf antworten mit dem nächsten Lied, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige